ja alli hallo mein Lieben Freunde willkommen zurück zum nächsten Folge von OneTown zusammen mit Brandon und Katami mein mein Hallo und was habt ihr als zuvor ich werde mein Haus weiter ich bin wohl schon mal ich bringe mir erst mal mein Pferd wieder nach hause oder ich bin mir noch nicht sicher ob ich das mache ich muss hier auf jeden fall hier bei mir erstmal hier die Creeperlöcher wieder stopfen beziehungsweise das Creeperloch weil nur ein Creeper alter weil Pferde sind einfach 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 weil einfach 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 ist das wollte ich jetzt gerade nicht sagen das habe ich nämlich schon mal fast gesagt das wird zu meinen neuen Standardspruch irgendwie würde ich die ganze Zeit sagen ok darfst du doch warum nicht oh mein Pferd hat Schaden gekriegt beziehungsweise ich habe Schaden gekriegt mein Pferd kriegt irgendwie nie Schaden oder das OP äh OP Schwan ne ich wollte ich Schwert sagen ja ich habe es gemerkt dass du Schwert sagen wolltest oh nein jetzt hat mein Pferd das erste Mal Schaden gekriegt ok es ist doch nicht OP ja aber nur ein Herz ne Spaß ok es ist doch OP mein Pferd ist jetzt ertrunken ne Spaß aber wie vorhin einfach nackler kurz reingekommen ist und wieder geläftet ist der hat gesehen dass wir den fertig machen wollen der hat wahrscheinlich Angst vor uns deswegen ja ne der sagt jetzt seiner Bande Bescheid dass er gleich ja dass wir gleich aufnehmen müssen ne der hat Angst vor mir weil ich schon so weit bin weiß ich hab grad mal ein kaputtes Eisenschwert ich hab schon ein goldenes Pferd also halt ein Goldrüstungspferd ich auch und ich hab ein Eisenrüstungspferd achte ich auch aber das ist tot mein Pferd regeneriert sogar cheater du meinst gott not nein cheater ich weiß ja nicht mehr wo zuhause ist ja da wo zuhause ist muss einfach slash home eingeben ja aber dann bringe ich ja mein Pferd nicht mit stimmt dein Pferd will auch niemand haben soll ich die Koordinaten geben? doch ich ich versuche nochmal mit ähm erweiterte Map glaub ich hab's schon gefunden du ähm kannst du ja ich hab's gefunden du ähm kannst du mir sagen wo du ähm wo dein Eingang ist? mein Eingang? ja zu deinem Haus reite grad dahin schön dass du dahin reitest aber ja dann kann ich dir zeigen weil der Bluekeeper hat es ja letztens auch nicht gefunden ich werde jetzt beinahe an mein eigenes Haus vorbeigereitet äh ich hab's gefunden dritten hey das ist ein geiles Schwert soll mal die Nückelbande herkommen und mich mal angreifen dann reden wir nochmal über die ganze Sache hier ja mein ach so ich hab das gerade in der Hand ich dachte mir schon so mein Faden hat sich aufgelöst ich hab jetzt beinahe mit Abstand den größten Fehler gemacht ich wollte dich grad anschlagen ne und dann wäre der Hund auch noch mit dazu gekommen das stimmt so deswegen werd ich dich auch nicht schlagen ja weil du Angst hast nein ich will nicht dass das äh dass der Hund die ganze Zeit konstant sauer auf mich ist weißt du wie ätzend es ist wenn du jemanden geschlagen hast den Hund hat und dieser Hund dich ständig anknurrt das war eher schnurren das war eher schnurren äh oh mein Gott braucht jemand Eier? ja ich hab genug glaub ich für mich ich siedle immer ein bisschen ähm Dünner hier in die Nähe kannst du machen gerne ich hab auch Dünner ich hab ja jetzt so 2-3 Eier aber nur so 2-3, hm? ja ja man soll das ja nicht übertreiben ne nicht zu übertreiben ein bisschen kannst du aber nur ein bisschen ja wie kann ich das am besten bauen soo dann hol ich mal hier jetzt mach ich endlich dieses Loch nicht das ist so extrem das ist so extrem was ich hier hab extrem was? extrem OP? extrem Gaga? extrem sonst was? was denn? extrem was? ich komm einfach mal vorbei sonst siehst du was extrem gemeint ist ok ok ich warte ich bin immer noch nicht da ich schör lang so nein hör auf Eier bei mir ins Haus rein zu schmeißen hör mal auf Junge hast du mich jetzt ersatz geschlagen? ne ich hab dich mit dem Ei abgeworfen ne ich hab dich mit dem Ei abgeworfen nein ist da irgendwas drinnen? nein eben auch nicht die hängt da einfach Truhe hm oh jetzt hat mir einer geschrieben wo war das? was du sauber gemacht ich komm ein bisschen zu dir erinnern ne? zu wen? auch zu ihnen pekin ja äh wie soll ich denn betty? ok huiii gehen wir uns betty? hä? joa gut dann lass ich mir das Kartoffeln Kartoffel balsameln oh oh ein Creeper also die Hühnchen haben die echt keine Probleme bald so ich liege im Bett ja ich lauf grad hin was ich vielleicht auch noch erwähnen kann mein ganzes Inventar war voller Eier schnarch boah super ihr trennt ein Hühnchen in mein Lager ja ist doch gut dann hast du schon mal ein Hähnchenfleisch ja ich bin auf dem Weg ich bin gleich da und rein springen oh und teilweise stirbt man einfach einfach ist gestorben mein Versuch ins mitzugehen wie macht man einen Dispenser? oder so ist im Schlaf hat boah ist im Schlaf ein Herzinfarkt weiß ich steht man da steht man so vor dem Bett sieht man den Frankie nur so rumzappeln ich glaub ich hab das jetzt richtig gemacht dann geht das Frankie von oh ich hab mein Volk gefaut ja ich hab die Folge alle schon gemacht aber ich hab meine Loks gelöscht nicht nicht warum weil mich das langweil dass die alle Erfolge kriegt und ich nicht und ich hab das falsche gebaut wie macht man einen Dispenser? keine Ahnung dann google ichs mal kurz schnell wie ist das mit euch äh bei euch mit den Folgenlimit denken sie? bei mir ist das egal bei mir ist das egal bei mir eigentlich auch aber meistens mach ich so ja und etwas zu nehmen ok so Dispenser boah passt das wenn mein computer außerhalb der internetseleiste geht ok kaputt krass die da einfach drin sind ich hab da drei Hühner drin und ich hab die Farm noch nicht so lange und die ganze Kiste war vor ich hab voll krass ich hab ich hab Dispenser Enser geschrieben Dispenser Enser Ender 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 ich hab momentan nichts aber ich musste es einfach wissen wie das gemacht wird Ah mit dem Bogen ich brauch noch RD 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 ja so jetzt muss ich gucken ob ich genug gut hatte für einen Bogen hb wow wow ernsthaft ich hab genau ein Faden wow du bist über pro jo du bist reich ich kann auch euch gerne töten wenn ihr es so weitermacht ja warte mal kurz später nicht jetzt noch mal später ich bin bei mir zu hause im vulkan okay jetzt muss ich im vulkan der vulkan ist bei blue cube nebendran ja er ist einfach mal der beste nachbar von blue cube irgendwann bremnt blue cubes haus ab ne ich hab extra schon glas in gift setzen dass sowas nicht passieren kann ja ja da passiert passiert irgendein minecraft bug alter ich hab echt keinen Faden mehr stimmt ich hab die alle für angeln benutzt ich hab welche noch kommt man da jetzt rein durch die lava du springst über die lava drüber nein du musst ungefähr fünf Meter in die lava springen dann kommst du hier runter dann kommst du hier ah willkommen in meinem haus ja danke das ist doch mal nette nachbarschaft hier ist gleich verreckig in deiner lava ein ne um rauszukommen nicht drüber springen ne um rauszukommen hast du zwei möglichkeiten einmal genau darüber über den glas genau oder halt auf der anderen seite und ich hab hier tausend crafting tables ja ich bin grad äh das lager und mein haus anbau einen bogen so dann brauche ich jetzt wieder redstone und darum kabelstern so 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 dann nehme ich hier noch die schaufel und und wir jetzt meine pilze wieder ja die schaufel enthält mein kies ja auch mein kies die pilzfarm geht auch nicht schlecht die pilzfarm geht auch nicht schlecht verlegt gerade in welcher ich muss die ähm ähm ding sie ändern Radar Feinde anzeigen falsch also halt die unthüllmodus auch kurz aus und das mit dem dead counter würde erstmal nichts ich habe nämlich auch den angreifft klingelt so ein bisschen nicht nach der aussage wie er getätigt hat auf jeden fall hat er gemeint ja er muss erstmal das hauptprogramm schreiben dass er dann nach das ding sie machen kann also das wird wahrscheinlich noch weit lang dauern spätestens bei folge 2000 ist es gemacht mindestens ich weiß auch nicht was er mal äh wasser hat weißt du sie bringen grad mal bei mir 19 folgen denn bei mir war es glaube ich mal 40 oder so bei mir auch ungefähr glaube ich ich habe keine ahnung in schlechten merken hat man ja vielleicht gemerkt dass part 4 bis 9 ungefähr also in anführungsstrichen 9 einfach keine audiospur von mir hatte also by the way ups ich habe meine stimme gar nicht aufgenommen nee das ist beim rennen dann einfach ein fehler gewesen so weil ich habe ja bei der sozusagen gro-datei also halt grad aufgenommen gehabt da waren wir nicht die du grad abgehackt bist bei mir ja bei mir auch ich glaube das teint wieder aus jetzt oh Gott dafür würde ich dich grad anknallen danke bitte bitte du masochist so ich fett auf ja ich darf jetzt nochmal hochrennen weil ich was vergessen habe cool boah ey so jetzt werde ich mal den weg hier auskleiden so jetzt mache ich mal alles was ich brauche in mein inventar ähm was brauche ich noch boah jetzt bin ich ins wasser gefallen ich bin echt am überlegen was ich noch brauche eisen eisen puppeleisen 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 was reicht sich noch auf eisen mit eisen reisen was meisen reisen mit eisen reisen wir ne weißt auch was du anspielen willst ja 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 was ja 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 war schlaue stehe egal ich habe keine ahnung wovon du gerade redest sorry ich auch nicht hätte gesehen so der hammer ich weiß danke danke geht das habe ich 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 alles haben ich mache noch mal ein knopf ich habe echt irgendwie das gefühl ich vergesse schon wieder was gibt es irgendwas zu vergessen das muss ich dahin muss nein nicht so was hat eigentlich noch vorher zu bauen was ich habe vor also zumindest mache ich gerade sogar mir endlich mal eine wegscheide essensfarm zu machen habe ich weiß hartweizen weit sind riesen wie mal aufwendig ist überhaupt den weg hier richtig zu machen hat einer von euch sein weg zugemacht weg zugemacht den habe ich nicht gemacht noch nicht mache ich bald irgendwann mal ich habe wieder was vergessen ich sehe hier keine monster by the way ich sehe auch keine monster wann ich muss das noch mal jetzt gleich sind einfach fünf creeper hinter mir oder so dann fängt dann fährt dance gerade bei mir jetzt ernsthaft hier sind keine monster auch nicht auf der karte ja weil es gerade erst nacht wird bei mir ist es schon nach achten als zombie bei mir wird es gerade erst mal ich muss jetzt noch mal runter zu gehen habe ich noch nein ich muss wirklich hoch so können wir ins bett gehen ja warte ich muss auch kurz das holz japan wir sind bei 20 minuten auch ein bisschen beim hochladen aber so ich in dem gefühlt weil als weißen ich das was was soll dieses 5 heißen was er geschrieben hat keine ahnung keine ahnung ich habe eiskalt etwas über ein stack äpfel zählt wasser als block wasser als block eigentlich nicht egal ich geh trotzdem hier wasser holen ach du willst es bei jemanden holen ja aber ich habe mir jetzt woanders geholt fast hätte ich den skelett erwischt ohne creeper ohne den schießen zu lassen habe ich genug erde dabei natürlich jetzt habe ich drei jetzt habe ich es natürlich nicht mein satz war noch nicht fertig kurz kratzen ich habe nicht genug erde dabei nicht nur nicht ein bisschen samt geholt habe ich den hühnchen zu mir gekommen okay es war nicht lava ich weiß jetzt nicht ob man das gesehen hat aber ich glaube nicht bei mir ist gerade einfach der bildschirm ausgegangen da wird es wahrscheinlich nicht sehen das grundschick ohne haus ich habe mich gedacht das hat derzeit gesplittert ich habe mein herz schlägt grad nicht mehr auf jeden fall gesund ich habe ein wasser einmal zu wenig ich bin gar nicht mitbekommen dass der creeper hier komme ich ja gar nicht mehr raus so lange wollte ich noch aufnehmen sind bei 23 minuten ja ich werde jetzt wenn ich gehe noch schnell runter dann können wir auch meine wegen beenden ich muss gerade bloß die ganz lange treppe nach unten gehen kann ich da auch noch erde die hat voll vergessen dass ich die dahin gesetzt das war es für diese mal bis dahin Ciao!